Du bist hässlich, Maxime. Was bist du denn für ein Teil? Hau ab! Was bist du denn für ein Teil? Geh weg! Wir haben dich hier nicht eingehört. Oh, das ist jetzt nicht so nett, ne? Super, Johan! Johan! Wie ein Arschgeiger! Maxime! Geh weg, du stinkst! Oh nein! Boots! In die Fräse! Johan! Lass dich doch hängen! Nö! Nö! Johan! Jimmer, feil Apfel! Wieso hab ich mir was gebrochen? Ist weich! Du Arsch! Du sollst mir keine Knochen brechen, du sollst mich nur daunen! Und küssen! Wo willst du denn, Johan? Bleib doch hier! Nö, du bist zu hässlich! Bitch! Fick dich! Der Knochen war mein Lieblingsding! Yoshi, aber die ganze Runde nur am Boden flacken! Servus, Leute! Hallo! Ja, hallo! Nein, meine Hand verschwitzt! Ach, Yoshi darf liegen bleiben! So ist das also! Yoshi hing aber auch schon mal! Ja! Schön denn das! Hau ab! Hau ab, Tweet, Yoshi! Johan, renn! Meine Steuerung ist plötzlich invertiert! Das ist scheiße! Meine Steuerung ist invertiert! Ja toll, das musst du auch liegen bleiben! Ganz plötzlich! Und das ist quasi, weil ich dich mit meinem Messer geschlitzt hab! Und dann wärst du, wenn du den Balken nicht... Lol! Ah, geh weg! Das hab ich mir verdient! Ja! Das hast du dir verdient, hast recht! Warte! Scheiße! Snoop! Mann, die Schuhe waren neu, du Arsch! Das hast du dir verdient! Yoshi, such die Falltür! Haschlampe! Oh, Tempel der Reinigung! Oh geil! Ich bin bei nem Generator gespawnt und los geht's! Geil! Ich bin direkt aus am Haken! Oh man! Hallo Yoshi-san! Denkst du jetzt aber ich seh dich nicht hinter nem Baum, der... Wo du zweimal so dünn bist! Der so dick! Ai ai ai! Muchas gracias! Du ruhig! Yoshi, alter! Wolltest du mit Absicht? Hä? Warum bin ich jetzt hier unten? Ich hab mich durch den Boot transportiert! In den Keller! Das geht? Ja... Oh man... Hi! Hi! Ich glaub ich hab dich schon wieder verloren, oder? Aua! Du Arsch! My Feelings! My Feelings! It hurts! Nooo! 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 Was ist das? Was ist der Arschlochmove? Warum? Das war doch nicht... War das geplant? Ja... Alter ich glaub die ganze Port ist dich schon wieder... Oh Jesus fucking Christ ey! Wie kommt der mit so ner Gasmaske angekostet ey! Wie kommt der mit so ner Gasmaske angekostet ey! Wie kommt der mit so ner Gasmaske angekostet ey! Paralys der Portate! Hehehe! 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 Ich hab dich einfach beim Teleportieren hier unten gesehen! Kann man schön durch die Wände gucken! Mach das! Das find ich immer noch uncool! Verpiss dich dann! Hi! Wie?! Hehehe! Heey! Mein Generator! Komm! Das hab ich überhaupt nicht gehört! Hehehe! Das ist doch mal getrinkt! Hehehe! 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 Oh! Hehehe! Hehehe! Hab du erst gar nicht gesehen, wenn du da an der Kiste rumlungerst! Hehehe! 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 Ich wusste es doch! Ich hab das Blut noch gesehen von dir du Schmuck! Alter! Yo! Yoshi! Ich bin einfach grad ausgelaufen! Ein fetter Plane! Ich hab's genau gesehen! Eigenen! Oh shit! Hehehe! 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 Oh shit! permitir so abgefuckt? Oh shit! Hehehe! 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 A fark! A frag! Persön! Das war so schwer! Hehh! All dannt er alle raus. Jens Nrsich! Was? Was? Ist das jetzt gut oder schlecht? Ist das jetzt gut? Achso, ja, das ist natürlich nicht so gut. Und Yoshi verpisst sich direkt. Oh, Alter. Mate des Jahres. Tschüss. Oh. Tschau. Hey, wieso kann sich Johann so gut teleportieren, Mann? Ist doch nicht schwer. Nein! Was soll daran so schwer sein, Maxim? Es betäubt! Es betäubt! Ich weiß schon! Renn! Na toll! Nein! Don't do it, man! It's not worth it! Hello! Hello! Ah! Warte, Yoshi, was willst du mit für'n Lappen? Oh. So, jetzt muss ich noch Maxi schnell finden. Du hast das Perk zum selber aufstehen dabei, oder? Oh, scheiße! Nein, hab ich nicht! Du kannst doch wenigstens bluffen! Dann wäre man hier geblieben! Hättest du noch suchen können! Oh, fuck, Mann! Scheiße! Ich denk darüber nicht nach, Tom! Ich krieg' ich ja mein Leben! Verdammt! Maxim, sag mir jetzt, wo du bist! Nö! Tom war nett! Und Yoshi war ein Arsch! Bist hässlich, Maxim!